Hallo und herzlich willkommen zu We Who Are About To Die Komplexer Titel Ist am besten zu erklären und am schnellsten, wenn wir kurz auf Steam gehen und uns Gladiator Guild Manager nochmal angucken. Habe ich vor acht Monaten hier auf diesem Channel gebracht. Erinnert ihr euch noch? Das sah so aus. Also ihr hattet Charaktere, die konnten leveln, ihr konntet die equippen und dann habt ihr die immer in Arena-Fights reingesetzt und hattet dann so Auto-Battle, Auto-Battler-Elemente Ja, genau. Und dann gab es halt so eine Über-Map, wo man sich weiter gefightet hat. Gab eine Arena, gab unterschiedliche Turniere, bla bla bla. Und We Who Are About To Die ist ein ähnliches Prinzip. Wir schauen uns einfach mal einen Trailer an. Also man kämpft auch in der Arena. Klassisch. Aber ihr seht schon, bedeutend bessere Grafik. So ein bisschen Ragdoll mäßig. Jokey. Mashallah ist das laut. Offensichtlich hat man Charakter oder mehrere. Konnte man da auch gerade sehen. Gibt nochmal ein paar mehr Mechanics, glaube ich, hat man gesehen. Trainieren ist ein Aspekt. Equipment natürlich. Es ist relativ brutal. Ähm, und es geht wohl auch viel um die Crowd, die das bejubelt und die man zufriedenstellen muss. Gibt verschiedene Häuser oder Reputationen im alten Rom. Ähm, gibt Quests und Aufträge. Also es sieht sehr, sehr geil aus. Ist im Early Access. Ist bisher nur auf Englisch. Ihr wisst, was das bedeutet. Ähm, aber es sieht wirklich verdammt gut aus. Ich habe das schon länger auf dem Schirm. Und jetzt zum Steam Sale habe ich es mir endlich mal gekauft. Ähm, jetzt ist es an der Zeit. Es wird nur von einer Person entwickelt. Ist auch noch super spannend, finde ich. Ähm, und ich kann nicht so gut einschätzen, wie das jetzt wird. Es ist sehr positiv bewertet. Ähm, erfreut sich auch schon einiger Beliebtheit. Und ich würde sagen, es ist jetzt completely blind. Ja? Machen New Run. Es gibt doch einen Sandbox-Run. Okay. Machen erstmal New Run. Und man startet from the bottom, hoffe ich. So richtig als Bauer. Als richtiger Knecht. Voila. Ich muss mal gucken, wo ich hinkomme. Hier, da, da, da. Wer weiß. Some are chosen. Some are Brett. Ja, manche sind, äh, außerwählte. Andere sind Bretter. Aha, und da ist wohl gerade ein Aufstand. Others are taken. Tawn from their lives. Aha. Also, entweder ist das ein Bauernaufstand. Ja. Und die werden versklavt. Nee. Ah, die wollen erobert, wa? Und werden dann versklavt. War ja früher so. Äh, mein Opa hat mir noch... Nee. Some volunteer, the fools and the fearless. Ja. Dann gibt's Sklavenmarkt, ne? Ich erzähl euch mal, äh, erzähl euch mal, wie es damals war, ne? Und dann wurden die verkauft. Entweder die wurden mickrige Kack-Sklaven oder Gladiatoren, ja? Desti... äh, Destinai... Destinit... äh, for glory or Destinit for blood, Junge. Trained at the scholar. The new brotherhood. Gab so ne Serie, die war auch sehr... sexuell und brutal. Hier, Dings. Äh, Spartacus. All aspire for glory. Welcome to Terrantia, Aspirant. Jo, wer ist er? Behold, our god of blood and combat. As an offering Terrantia was built. City of wine and games, city of... bla bla bla. My name is Yoridus. I was once like you. Okay, also basically, wir sind in der Gladiatorschule. Wurden anscheinend verhaftet, Digga. Versklavt. Und, äh, uns wird jetzt gesagt, dass das hier Traininggrounds sind, ne? Hier wird trainiert. Hier lernt man die... den Kampf wird trainiert. Ja. Tutorial. Also, WASD, um sich zu bewegen. Gut. This game has a unique combat system. Genau. Wobei, so unique ist es nicht, weil ich kannte das schon von diesem Examinar. Sagt euch das noch was? Examinar? Da war das, glaub ich, sehr ähnlich. Skip this training and you'll find yourself having a bad time. Okay? Wir spielen das Tutorial. Soll auch nicht einfach sein, übrigens, das Spiel. Okay. At first, you may struggle to even land a solid hit. Take your time to figure it out. Okay. Over time... Ja, also ist wohl... Hat einen schweren Einstieg, das Kampfsystem. Man hat gesehen, die Ragdolls, die fuchteln da rum. Aber wir sollen einfach trainieren und dann wird das schon. Oh, okay. Wo ich die Maus hinbewege, da, ne? Richtet er sich aus. Aber auch die Kamera rotiert. Wow. Und... Ah, okay. Aber WASD ist trotzdem nach der Ausrichtung des Monitors orientiert, versteht ihr? Also, selbst wenn ich dahin gucke und während sich das Bild noch dreht, wenn ich weh drücke, geht er nicht nach vorne, sondern oben zum Monitor hin. You know? Also, in die B-Richtung des Monitors. Scroll the mouse wheel to zoom in or out. Tab X to toggle Autocam. Autocam tries automatically keep the camera behind you. Ah, okay. Okay. Ähm... Also, wir können auch das ausstellen mit... Dass die Kamera immer sich hinter einem bewegt. Ist die Frage, ob das nicht zu verwirrend ist mit der... Aber ich glaube es auch ganz gut, oder? Weil sonst... Ich sehe die Gegner nicht kommen, wenn ich das nicht anhabe, ne? Man muss schon immer die Kamera ausgerichtet haben. Gut. Und er... Er ist wieder... Theoretisch hätte ich die Autokamera aus. Geht er immer wieder automatisch hinter hin. Okay. Und Maus rein, Maus raus. Okay. So, was haben wir hier? Movement, Aim and Orientation. Hold Shift to Sprint. By default you face the cursor, yeah. Hold Shift to Sprint. In Sprint Mode you do not face the cursor. Mhm. Okay, also wenn ich sprinte... Äh... Dann rennt er auch vom Cursor weg, im Zweifel. Okay. Gut, was haben wir hier? Klick and drag the linker Maustaste in a direction to radiate directional... Ah, das ist wie... Äh... Actually ein bisschen wie... Pound and Blade. Mhm. Mhm. Oh Gott, ja, ja. Also die Autokamera, da weiß ich noch nicht. Hm. Okay. Also wenn man gedrückt hält... Hat man weniger Waffenspeed, oder? Und wenn ich schnell mach... Aha. Okay, also ich muss die linke Maustaste so gedrückt halten... Und dann immer in eine Richtung, aus der ich... Mein Schlag kommen lassen will... Ähm... Die Maus ziehen. Okay. Calm... Control drags work best. Attacks lock after one second. Hold an attack for a bit... For best effect. Release... Okay. Also gedrückt halten... Macht am besten damage dann, ne? Wenn man länger gedrückt hält anscheinend. Und das ist wahrscheinlich auch... Ah, wenn ich dann die Maus noch bewege, während er eingeloggt ist... Richte ich meinen Angriff aus. Krass, okay. To step... Klingt Mist, linke Maustaste. Achso, okay, wenn ich einfach klicke... Hä, aber wenn ich loslasse, passiert nichts. Ah doch. Ich war nur zu nah dran. Leute, wenn ich zu nah dran bin, führt der den Stich nicht aus. Krass, okay. Gut. To overhead slash double click. Ah, okay. Brauche ich aber auch Abstand. Attack animations vary per... Per weapon class. Okay, ja, natürlich. Jede andere Waffe, die man hat, hat natürlich... Ne anderes moveset. Most weapons have eight attacks. Ja, sieht man hier auch oben. Ah, okay, jetzt ist eingeloggt. Ich verstehe. Also am Anfang habe ich kurz... Ne Sekunde Zeit, die Richtung nochmal zu ändern, zu bestimmen, aber irgendwann ist eingeloggt. Ja? Versteht ihr? Ihr seht das oben an diesen... Pfeil, Kompass, whatever. Okay. Hold all to guarantee a step hold. Okay. Ah. Guck mal, wenn ich den Cursor hier oben hin mache, dann sticht der auch nach oben. Und so sticht er nach unten. Oh mein Gott, das ist 8D. Okay. So, und wenn ich jetzt nicht alt tappen würde, äh, gedrückt halten würde, dann kann auch mal unglücklicherweise ein anderer... Ah, okay. Wenn ich alt gedrückt halte, kann ich auch in jede Richtung quasi drag and droppen. Der sticht immer ab. Ich glaube, Ausdauer ist auch ein Ding, oder? Das Bild wird so ein bisschen entsättigt. Okay, also wenn ich unbedingt Overhead Strike machen will, halte ich STRG dabei gedrückt. Dann reicht auch ein Klick. Und beim Stabben ist es alt. Okay, holy shit. So. Basic Blocking. Click and hold right mouse button. With a shield or weapon to block. Okay, und linke Maustaste nehme ich ein Schild auf. Press F while holding a shield to perform a shield bash. Ah, okay. Komm doch, komm doch. Komm. Hey, das ist ja ultra geil. What the fuck ist das für ein Game? Ah, ich regeneriere schnelle Ausdauer, wenn ich nicht blocke. Ihr seht unten links eine Ausdauerleiste und Lebensleiste. Und, äh, wenn ich blocke, dann regeneriert langsam, als wenn ich jetzt nicht blocke. Ja. Okay. Okay. When shieldless you will perform a less powerful kick. Ah, mit F mach ich dann ohne Schild einen Kick. Okay. Okay. Und Schilder können brechen. So, was haben wir hier? Targeting. Press Tab. Ah. Das macht vieles einfacher. Jetzt sind wir gelockt auf das, auf das gegnerische Ziel. Gut. Pressing again will switch to the second closest. Okay. Aber wie brech ich ab? X. Okay. Da sind noch ein paar Tasten, die man sich merken muss. Once locked on, you will automatically face the enemy. Ach, komm doch, komm doch. Ich practice schon mal ein bisschen. Hä, der Shield Bash? Trifft nicht so richtig, aber warum war es in Slow-Mo? Man muss aber wirklich mit der Taste drauf sein, damit der den auch trifft. Weil, wenn ich hier hin haue, trifft er ihn nicht. Na gut. Keep your cursor around your opponent, whether you use targeting or not. Ja. Okay. Alter, ja, einiges. So, was haben wir hier? Health in red, stamina in blue. Your max stamina goes down as you take damage. Stamina depletes with every action. Stamina regeneration is affected by your equipment. Okay, ja. Also, wenn man schwer ausgerüstet ist, regeneriert sich die Ausdauer langsamer. Untrained inspiration. Ja, und am Start haben wir natürlich, zum Start haben wir natürlich sehr viel, äh, sehr wenig Ausdauer. Das heißt, das müssen wir wahrscheinlich auch schnell skillen, falls wir das können. Skills such as attack speed move speed throwing increase as you perform the action. Das liebe ich so sehr. Junge, wir leveln unsere Skills, wenn wir sie einfach anwenden. View the aspirants trainer accessed from the pause menu for more detailed info. Ah, okay, hier können wir dann immer wieder reinschauen, falls wir was vergessen. Junge, es hat eine Person gemacht. So, weiter. Advanced defending. When blocking without a shield, click and hold right mouse button while hovering the cursor over your enemy. The closer you hover your cursor near the enemies weapon, the more reliable the block will be. When blocking with the shield, your shield will turn to face the cursor. Okay, also wenn wir blocken, rechte Maustaste gedrückt halten. Und dann auf die, auf der Waffe bleiben. Ne, jetzt oben. Und unten. Und unten. Ne, einfach gucken, dass der Cursor auf der Waffe ist. Einfach auf der Waffe bleiben. Und dann nochmal zurück. So, und dann auch mal der. Okay. Komm doch. Aua. You were disarmed. Okay. Gib mir mein Schwert. Was hat er? Schlaganfall? Ich treffe ihn irgendwie nie. Ah, okay. Er blockt auch ganz gut. Okay, ich glaube ich kann ihn nicht treffen. Gut. Weiter geht's. Verstanden. Advanced attacking. Hold an attack for a bit to get more strength and speed. When you do a quick flick, your attack will be fast but weak. Äh weaker. Phantom attack by attacking. Ah, jetzt sollen wir antäuschen. Ah, wir täuschen links rechts an. Aber hauen dann von links. Oder. When targeting, your torso will turn to face your cursor allowing you to add momentum to a swing after releasing your string. Hm. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, ne, man kann so antäuschen, aber dann doch von woanders hauen. Glaube ich. Na ja. Dashing. Okay. Wenn ich Leertaste gedrückt halte, weicht dann nach hinten aus. Und wenn ich doppelt in die Richtung, äh, tappe, dodged er auch in die Richtung. Okay. Dropping and picking up. Press Q to drop your shield. Press E to drop your weapon. When unarmed, hover your cursor over a nearby weapon shield. Naja, das weiß ich ja schon. Aha. Das heißt, ja mit linker Maustaste kann ich was aufsammeln. Hier liegt Gold rum. Alles klar. Gun. So. Und für eine Zweihandwaffe muss ich erstmal... natürlich beide Hände frei haben. Gut. Throwing. Wenn... Ja. Bla bla bla. Trying using an overhead attack and release at the very end of the attack. Throwing skill increases. Okay. Ach so, overhead war der, der doppelt war, ne? Ach. Ne, check ich nicht. When dropping a weapon. Drop your weapon during an attack. Ach so, ich soll eh drücken. Okay, warte. Ich glaube, ich muss quasi einen Swing machen. Nach vorne. Ja. Und dann, wenn der ihn ausführt, einfach eh drücken. Und overhead wäre wahrscheinlich die beste Option. Weiß dann nach... Vorne fliegt. Okay. Oh. Okay. Jetzt soll ich ran? Enter to continue your debut match. Ich nehme mal zwei hin da. Soll ich sammle mir mal das Gold ein? Hehehehe. Training UI. Eins von zwei. Autocam only. On. So. Was soll ich jetzt machen? Hallo Leute. Hehehe. Combat Tipps. Defense Tipps. Okay. Attack once the sparing partners... Okay. Also, ich soll die angreifen... Um loszulegen. Oh Gott! Warum visiert der den da rechts an? Hä? Wo sticht der denn hin? Hä? Stopp, stopp, stopp. Also, erstmal habe ich Tab gedrückt und auf einmal war zweimal hinter mir das Ziel anvisiert. Okay, das ist ein bisschen wild. Okay. So. Dann. Wenn ich gesteppt habe... Hat er irgendwie das falsch gemacht? Okay. Wir machen nochmal. Und... Wie kann man das noch? Ich bin nicht ewig. Das ist einfach mal einfach. Und... Dann schauw ich unten und schwere. Und... Und... Dann. 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 Hä, ich treffe ihn einfach gar nicht. Aber eher mich, oder? Achso, wir machen kein Damage. Guck mal, das Ding ist, ich bin mit dem Cursor auf ihn drauf, aber er haut an ihm vorbei. Why? Guck. Er haut irgendwie mit dem, mit dem, mit dem... Er haut irgendwie mit dem Griff zu. Guck mal, er greift links an ihm vorbei an. Ich mach mir die Kamera aus. Ja, ich muss rechts an ihm vorbeisteppen, um ihn zu treffen. Okay. Aber wann ist er denn down, oder ich, oder? Okay. Also ich hab unendlich Leben. Achso, ich hatte die Kamera aus. Jetzt hab ich sie an. Getreten. Oh. Okay. Aber ich muss sagen, ja, ich hör mal auf. Ich hol mir lieber ein Handschwert, glaube ich. Und ein Handschild. Ey, aber es ist übel krass, das Game. Holy shit. So, Enter. Ja. Let's go. We try. Okay. Ich spiel super safe. Ich lass gar nichts anbrennen. Alter, wir sind ja schon krass equipped. Ja, Herzschlag steigt. Dahin ist der Gegner. Seht ihr das? Lila. Okay, Leute. Alles cool, alles cool. Survive. Ja. Das ist wirklich... Aber warum ist die Kamera so? Hab ich doch schon. Hab ich doch schon. Jetzt hast du keine Waffe, Digga. Oh, ich hab keine Ausdauer. Scheiße. Der hat ein Ding schwer. Okay, treff ich ihn? Nicht so richtig, ne? Okay, ist tough. Oh! Oh, was? Hau! Zack! Der hat keine Waffe mehr. Ich glaube, ich muss... Hä? Ich kann nicht. Jetzt! Bist du dran! Okay, das war gut. Das war gut. Ah, okay. Da muss ich... Da muss ich hinterher dashen. Also, Shield. Schildschlag. Dann dashen. Und ich hab meine Waffe weg. Okay, ich hab sie wieder. Oh. You wear this armed. Okay, dann nehm ich die schöne Axt hier. Oh, ne. Auch ein Morgensstern. Abfahrt. Junge, kann ich an Schild vorbeischlagen? Das ist ja der Hammer. Okay. Scheiße. Block doch, block doch. So, jetzt hab ich ihn. Okay! Ey! War... War intens. Ich muss reinkommen, merke ich. Aber es ging. Ne? Also, es war jetzt nicht... Get ready? War jetzt nicht vollkommen eine Katastrophe! Oh, meine Leute sind auch da. Ich wollte schon sagen. Ich hab keine Waffe mehr. Okay, was geht ab, Junge? Yo! Okay, keine Ausdauer mehr. Scheiße. Ich brauch irgendwie... Ich brauch ein Schild! Okay, jetzt bist du dran, Digga. Ja, man darf irgendwie nicht so nah ran, ne? Ja, der hat gesessen. Zack! Oh, shit! Der auch. Ja. Keine Ausdauer. Okay, Scheiß, glaub ich, drauf. Ich geh einfach auf wen anders. Third Party. Oh mein Gott, ich hab ihn durchgeschnitten! Komm doch! Oh mein Gott! Ich nehm ihn so auseinander. Okay, ich... Third Party wieder. Schön. Schneid ihn auseinander. Zack, Junge. Oh, der ist noch nicht down! Komm, mit der Keule! Hau drauf! Schön. Zack, durchgeschnitten! Seht ihr das? So macht man das schleißfrei. Und durchgeschnitten. Oh, Mate-Gaun, egal. Oh, was? Was will er denn? Was willst du? Oh Gott! Ist schon intens! Zack! Aber ich hab das Gefühl, ich bin sehr oft zu nah dran, irgendwie. Ja. Zack, Overhead. Komm, nimm mich auseinander. Was ist das? Was ist das? Ey, ich bin... Also, es läuft. Aber... Es läuft, ja. Aber... Oh, scheiße! Ich hab mein Mate... Ich hab mein Mate so weggehauen. Anyway, was steckt denn in ihm drin? Da steckt irgendwas drin? War doch klasse! Also, ich bin oft zu nah am Gegner. Victory. So. Jetzt beginnt das Spiel. Weil jetzt wird's interessant. Was ist mit der Karotte? Vor unserer Nase. Also, Yoridus findet uns nice. Das war unser Host. Der Veranstalter. Wir haben kein... Kein Gold bekommen. Wir haben aber... Was anderes bekommen. Reputation vielleicht? Ehre? EP? I don't know. Durch Kills. Durch Total Damage. Durch Surviving Abilities. Und Team Damage hat uns abgezogen. Ja, dann... Sind wir ein bisschen besser geworden in ein paar Sachen? Ah ne, der Fame... Okay, ist Fame. Und hier ist der Fame Multiplayer. Aber was ist das alles? Heißt es, unser Schild hat Damage genommen? Oder wir waren schlecht im Umgang mit dem Schild? Audience, Favor, Multiplayer. Mal eins. So, und unsere Fame... Äh... Unser... Unser... Äh... Unsere Fame Base, Digga. Ist bei 732. Wird multipliziert um 0,9. Weil... Equipment minus 0,1. Heißt das, man muss cooles Equipment haben, damit die Leute ein Geil finden? Oder was ist das? Naja. Return. Okay. Hallo, Jordi hier. Willkommen zu... We who are about to die. Keep in mind. It is possible. You may sacrifice a few Gladiators. To the early access Jank Gods. Ja, okay. Okay, also es ist early access. Können viele Probleme noch auftreten. Okay. Nice. Und weil wir erfolgreich waren, haben wir ein Schwert und ein Schild geschenkt bekommen. Puh! Leute! Okay, ist unsere Backstory. You are... Maximilian Knabe. Unsere Traits sind... Das Skolo. Ich glaube, das ist die Gladiatorschule. Nimmt 50% all unseres Fames, was wir verdienen. Also alles, was wir am Fame verdienen, an Berühmtheit, nimmt zu 50% das Skolo. Aber... Was gut ist... Wir haben einen Specialist Combat Skill. Ne, plural. From Training in the Skolo. Okay, also wir können da trainieren, I guess. Wir kriegen Start Equipment. Und es ist einfacher für uns... Über die Audience zu gewinnen. Ne, die Audience für uns zu gewinnen wahrscheinlich, ja? Und Trainingsausrüstung im Skolo ist günstiger. Okay, wir können aber auch rerollen. Hier sind noch ein paar Stats, so unsere Skills. Polearm sind wir krass. Da haben wir einen 20er Skill. Okay. Difficulty. Ah, okay. Also wir haben sogar hier den normalen Modus. Ja, Damage ist mal 1. Wir haben... Die Gegner haben 100 Leben. ETC. Hier haben die Gegner weniger Leben. Wir machen mehr Damage und so weiter. Wir bleiben aber mal bei Gladiator. Ich reroll mal. Ich will wissen, was passiert. Ah, aber unser Gold ist dann weg, was wir verdient haben. Ich würde es trotzdem mal ausprobieren. Ich will wissen, ob man auch nicht im Skolo sein kann. You know? Ich mach's einfach mal. Okay, jetzt haben wir andere Skills. Einhand-Streitkolben sind wir am besten jetzt. Er hat auch einen. So, und jetzt sind wir nicht im Skolo. Wir sind ein Schmied. What? Wir sind ein Schmied? Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir automatisch unsere... ...unser... ...unser Equipment... ...wieder reparieren. Oder... ...we haben ein... ...ich glaube, das ist so ein römisches Speer zusätzlich im Inventar ...unlocked. ...ne, Auxiliary. Was war das nochmal? Maximum Bargains. The Shop is discounted. Oh! Im Shop gibt es, äh, häufiger... ...Angebote. Aber... ...items, die wir vom Shop kaufen, ...haben wenig, äh, Durability, ähm... ...Haltbarkeit. Aber wir reparieren ja jede Woche ...sehr viel. Wir können kein Equipment verkaufen. Aber... ...wir können das an den Blacksmith, ...also an den Schmied, ...verschenken. Keine Ahnung, was das bringt. Alter, das ist ja super spezifisch. Gut, dass ich gererollt hab. Das ist ja ultra krass. Übrigens, äh, da müsste ein Nickname hin, ...weil er heißt naiv Shavonius, ...und dann müsste hier so Hand of Blood hin. Ich re-roll trotzdem. Give the Blacksmith Equipment worth. Ach! Und unsere Victory Condition, ...also wie wir den Run, ...ähm, abschließen. Wir müssen dem Schmied ...Equipment in Wert von ...100.000 Golddenare ...ähm, schenken. Hä, das ist ja super spezifisch. Freeroll, was gibt's noch? So. Wieder Professional Aspirant. Wieder das wie am Anfang. Okay. Also das ist immer die Backstory, ...die Art des Charakters. Thrill Seeker Civilian. Oh, der ist super schwer. Das ist, glaub ich, Schwierigkeitsgrad. Wir müssen unserer Gladiatorschule ...jede Woche ...ähm, quasi... ...Steuern zahlen. Oder so. Die kriegen ne Vieh. Krass. Wir haben weniger Leben. Ach ne, wenn wir wenig Leben haben, ...erhöhen wir unsere ...Aussaueregeneration. Wir können Matchs auch skippen. Und das ist dann 50% ...ähm, ...günstiger. Und um den Run zu gewinnen, ...brauchen wir 80 Kills. Ich bin gespannt, wie viel Charakter-Trails es hier gibt. So, das ist wie der Blacksmith. Den nehmen wir mal. Ne, ich glaube, wir fangen mit dem Standard-Ding an. Re-Roll. Wir fangen mit nem Aspiranten an. Criminal Scum. It's harder for you to win over the audience. Okay. Ja, die Leute mögen uns nicht. Also, das Publikum. Ähm, ähm, ja, mit den... ...unterschiedlichen Häusern. Da waren ja so vier Stück. Oder, oder Gastgebern. Oder wahrscheinlich Besitzern von Gladiatorschulen. I don't know. Ähm, da wächst unser, unser Einfluss langsamer. Wir können höher wetten. Okay. Das ist ja so... Und wir starten quasi ohne Geld. Ich, ich... Oh, jetzt hab ich nicht die Siegbedingungen gesehen. Aber das ist ja super interessant. Hä, ein Politiker? Hahaha. Personal Guard. You start with the Entourage-Skollo-Upgrade unlocked and it's always active. Hä, haben wir einfach immer Homies dabei? Hahaha. You start with no Combat-Skill whatsoever and Training is more expensive. Das ist ja ultra-abwechslungsreich dadurch auch, oder nicht? Aber ich will jetzt mal mit dem Standard-Dude anfangen. Hier ist wieder ein Schmied. Thrill-Seeker-Civilian. Criminal Scum. Okay, ich glaube, wir haben so herausgefunden, was es alles gibt. Also so eine Handvoll. Fünf Leute. Ja, wenn man davon so immer mehr reinbringt... Ein Sklave! Unlikely Champion. Every Victory increased all Match-Fame rewards by 5%. As a slave, your scholar takes 50% of all gold you earn. As a slave, you start with one less battle option. Okay, der hat mehr Ausdauer. Mehr Ausdauer-Regeneration. Und... Der wird halt zum Publikumsmarkt. Also generell Fame ernten wir richtig schnell. Win over the population of Turand. Krass. Okay. Aber ich würde jetzt gern wieder mit einem normalen... Ähm... Mit einem normalen Gladiator hier Aspiranten anfangen. Aber er kommt nicht mehr. Bitte. Gib mir ein Asp... Äh, ein Dings. Kommt wirklich nicht mehr. Das ist der vierte... Alter, aber die haben auch immer anderes Equipment. Ich glaube, der hatte echt gutes Equipment. Digga! Gib mir einen Gladiator. Former Soldiers. Was Neues. Some skills from your former profession. Verstehe ich nicht. Some starting equipment from your former... Achso! Als wir Soldat waren. Verstehe. Also wir haben ein paar mehr Skills. Und gutes Equipment. Ja, aber bitte gib mir jetzt den Gladiator. Sklave. Da haben wir ihn! So, den nehmen wir. Der ist gut mit Speeren. Habe ich gar keinen Bock drauf. Naja, anyway. Äh... Milan. Maltalos. Accept. Hover over anything to learn more. Okay. Unity menu. Manage your career. Armory. Purchase. And manage your equipment. Battleman. Okay. Es gibt drei Menüs. Das ist... Okay. Es gibt drei Menüs. Einmal unsere Karriere zu managen. Dann um unser Equipment zu managen. Und dann quasi um den nächsten Kampf anzupassen. Das ist jetzt wahrscheinlich die Standardübersicht vom Charakter. Das ist unser Rang. Das ist unser Rang. Stamina. Ach so, da. Aha. Okay. Wir können alle Shop-Items re-rollen, die im Angebot sind. Sellrate and Shop-Discount. Okay. Hier wird angezeigt, ob da was reduziert ist. Oder wie viel wir bekommen, wenn wir etwas refunden. Also zurückgeben. Aha. Und man kann Slots freikaufen. Sodass... Und nach jedem Kampf gibt es eh neue Angebote. So spart man sich das re-rollen. Aber auch nur dann. Und darum steht unser Gold und unser... unser Fame. Unsere Beliebtheit. Oder Berühmtheit. Gibt es für Fame in dem Kontext ein passendes Wort? I think. Komm nur gerade nicht drauf. You the tutorial overlay. Okay. In the Armory you can purchase, store and equip gear. Okay. Und hier gibt es mehr Inventarslots freizuschalten. Gut. Okay. Also wir haben Speer. Reveal new item. After every match you can purchase from a random selection of Equipments here. Ja. Äh, Equipment here. Ja. You can sell... Blah. Okay. Aber warum soll ich... Also es muss ich aufdecken. Okay. Ich habe eine Kappe. Amor 16%. Die hier... Oh. Das ist genau die gleiche. Okay. Sparing Cap. So eine Rüstung habe ich auch. Ich reveal die mal. Das hat uns jetzt Fame gegeben. Krass. Okay. Und sie sind grün. Study. Deutlich mehr Rüstung. Deut... Okay. Haltbarkeit erhöht. Fame Multiplayer ist aber geringer. Das Schwert. Ja, das hier ist der Fame Multiplayer besser. Macht mehr Schaden gegen Schilde. Okay. Aber wir können es auch halten. Also wir können es locken. Und dann ist es, äh... Nach dem nächsten Kampf doch noch da. Falls wir es uns noch nicht leisten wollen. Ich glaube, wir gehen aber auf Speere. I guess. Ja. Rerollen tun wir nicht. Aber wir können hier was anlocken. I guess. Wieder ein Schwert. Oder ist es generell für eine Waffe? Ne, wieder ein Schwert. Okay. Ne, ist es für eine Waffe. Das ist das Bild für eine Waffe. Wait. Type Spear. Ach so. Ach, es ist ja auch abgebildet. Okay. Worin ist er krass? Utility Menu. Heal. Okay, wir können uns heilen. Ach, wir können Leute einstellen? Ne. Doch. Current Price Free. Hier können wir Services kaufen. Um uns in unserer Karriere weiterzuhelfen. Dann gibt's Gollo. Okay, hier gibt's wieder sechs Menüs. Okay, interessant. Ähm. Ich würde das ein bisschen skippen. Dass wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Aber das hier ist free. Und da können wir uns heilen. Einmal für umsonst. Hier. Okay. Hm. Können wir reparieren. Okay. Also es gibt super viel Sachen in dem Game. Krass. Shoporder. Wir können uns eine Waffe bestellen. Krass. So, das ist die Gladiator-Schule. Die können wir upgraden. Wir können Training verbessern. Das sind die... Ja. Die vier Leute. Ihr wisst. Interessant. Okay. Crazy. Ja, dann gehen wir aber erstmal wieder zur Armory. Und wo konnte ich denn jetzt nochmal die Stats von meinem Dude angucken? Ah, wir können ein bisschen... Aha. Okay, wir können gucken, was wir... Das ist kosmetisch. Alles. Ja, Umhang brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Mach mal das. Schön, Joker. Hahaha. Okay. Aber wo sehe ich nochmal die Stats von meinem Charakter? Statistics. Also hier, wie viel... Skill der hat. Einhand-Skill oder sonst was. Escape. Aspirant's Trainer. Nee. Hm. Wo war das nochmal? Hier? War das im Battle-Menu dann? Okay. Das ist auch nochmal interessant. Hier sehen wir, welche Matches auf uns zukommen. Ähm... Da haben wir einen Schwierigkeitsgrad. Des aktuellen Matches. Match-Typ. Wer antritt. Irgendwelche weiteren Infos. Was wir verdienen. Match-Revealing-and-Reveal-Level. Okay. Da können wir dann kämpfen. Gut. Und wir können uns was aussuchen. Das ist halt sehr Guild-Manager-mäßig von dem Spiel, was ich vorhin meinte. Okay. Hier ist Zufall. What the fuck? Small Pit Arena. Host. Keine Ahnung. Level Reward. Many vs. Many Level 2. Hm? Interessant. Interessant. Ja, dann würde ich sagen... Aber wie ist es? Wir zu dritt gegen ein? Oder ich alleine gegen drei? Das ist jetzt sehr wichtig. Das ist die Frage. Krass. Und 10% unseres Goldes, was wir verdienen, geht in den nächsten Charakter. Da ist unser Rang. Und anscheinend kann man die Match-Typen auch im Level erhöhen. Okay. Ich reveal das mal. Okay. Ich glaube, links bin ich dabei. Ja. Wir machen mal das. Bad. Abfahrt. Zu viert gegen einen. Das muss so easy sein. Oh, der ist wahrscheinlich überequipped. Keine Ahnung. Jetzt bin ich gespannt. Alter, so auf dem Marktplatz oder was? Ist ja heftig. Also, es war jetzt auch wieder viel Input. Klar. Viele Textboxen. Ich hätte gedacht, das ist weniger in dem Game. Aber okay. Aber trotzdem, ne? Also, jetzt so im Nachgang. Oh Gott. Auftakt. Stechen. Zack. Zack. Mach ihn weg. Oh, ich hab mal ihn Mate gehauen. Zack, da hab ich ihn. Zack. Zack. Haut ihn, haut ihn. Haut ihn. Oh. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Zack, Junge. Richtig eins übergezogen. Das war ja komplett easy. Also, äh, was ich grad sagen wollte. Ich glaub, im Nachhinein hätte ich das Spiel lieber erstmal privat angespielt, weil ich euch dann alles hätte erklären können on the run. Ich habe nicht gedacht, dass bei dieser Art von Spielen einem so viel am Anfang textbox-artig erklärt wird. Was aber auch nicht, also ich fand's okay. Ne? Ne? Aber man muss trotzdem sagen, das Game ist ja der Hammer. Also, es ist ja einfach crazy. Ich mein, das Kampfsystem, ne? Da musst du nicht reinfuchsen, aber ja. So, jetzt kommt irgendein Event. Aha. Okay, irgendeine Krankheit, Digga. No Physician will be available this week. Ah, das ist der, der uns heilt. Und wir können jetzt den Leuten Geld spenden. Nö, Digga. So, jetzt revealen wir mal. Das ist eine Axt. Fame-Multiplayer finde ich ja interessant. Ein Schild wäre nicht schlecht. Aber warum geht da der Fame-Multiplayer so runter? Hier geht er hoch. Eine Axt mögen die Leute. Ja, wir sollten uns schon mal verbessern, oder? Boah, ist aber auch teuer. Okay. Wahrscheinlich wäre es sogar ratsam, erstmal hier Sachen zu verbessern, war. Extraordinary. Ah, da haben wir ja die Möglichkeit, dass bessere Items in den Shop kommen. We who are about to disinfect. Okay. Interessant. Entourage matches with the Entourage-Trade add plus 2 Allies to any battle. Das klingt krass. Ja, ich habe jetzt leider das Menü vercheckt, wo unsere Stats sind. Das ist ein bisschen Pain. Am Anfang haben die uns drei Menüs gezeigt, aber ich sehe hier nur zwei... Eins war so mittig, oder? Hier irgendwie. Was ist der Shop? Utility? Wo ist unser Backstory? Ja, das ist die Backstory halt. Charakter. Ah, hier! Charakter, ja klar. Okay. Cool. Weil es ging ja oft um Skills. Gibt es auch so spezielle Fähigkeiten? Anscheinend nicht, ne? Mit Skills ist einfach all das gemeint hier, glaube ich. Okay. Gut. Ich glaube, wir brauchen nichts kaufen. Wir sparen erstmal. Kann es sein, dass der Background irgendwie... Ach, ne. Der zeigt nur an, was ich ausgewählt habe. Okay. Hier ist wieder viele gegen ein. Da oben Schwierigkeitsgrad. Level 4! Was ist hier unten? Das gibt aber wenig Gold. Das muss doch easy sein. Das sieht sehr krass aus. Junge, 2000. Komm, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein in den 2000er. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe ziemlich jetzt Drecksequipment. Mit Pits. Geil, das ist so unterschiedliche... Ey, ich muss die ganze Zeit daran denken, dass das eine Person entwickelt hat. So, okay. Das ist Triple Threat, wie man bei WWE sagen würde. Alle gegen alle. Der hat eine krasse Waffe. Macht ihr euch erstmal. Nee, das sind kack Bauern. Geht mal aufeinander. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich muss einfach nur abwehren. Dann haut der Typ hinter ihm schon aufs Maul. Boah, ich hau schnell zu. Oh! Ah, 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 ah. Was macht der denn? Der rennt weg. Und weg mit dir. Der hat kassiert. Jetzt nicht, dass der andere ihn finisht. Fände ich nicht gut. Not enough stamina. Wend der denn hin, Digga. Bleib doch hier. Okay, okay. Ich hab langsam den Dreh raus. Okay, aber ausdauertechnisch. Ja, Ausdauer ist wirklich ein Problem. Die sind langsam gelangweilt, ne? Den hab ich übel gehittet. Hä, der jubelt. Ist der Jäck? So, jetzt sind die Leute doch... Die haben Bock. Oh, lol. Der hat sich geupgradet. Oh, shit. Okay, den hab ich. Oh, shit. Ich kann gar nicht irgendwie links ausholen. Zack! Das war konzentriert runtergespielt. Es ist gar nicht so schwer, wie ich erwartet hab, das Spiel. Also, wenn man sich dann ein bisschen reinfuchsen geduldig ist, geht das schon. Alter, die Leute lieben mich. Hier. Ach, scheiße. Ja, mein Equipment zieht mich runter. Und die findet mich super. Ja, genau. Wollte ich gerade fragen, was ist denn jetzt aber mit denen? Was bringt das denn? Ah, die haben alle einen Fokus. Der hier hat einen Fokus auf Gold. Die auf Fame und Influence. Da oben hört's nicht auf zu rattern. Die Information und Beziehung. Und er hier Training, Skill und Skolo. Okay. Patron, Digga. Gibt's ja auch auf Deutsch. Fight for them and earn favor of, äh, or ignore them and lose it. Patron, favor, influence, likeness, ja. Ah, okay. Also, je nachdem, wie viel Einfluss man bei denen hat, kommen halt, äh, positive, oder halt, wenn man wenig Einfluss bei denen hat, kommen positive oder negative Events mit diesem Patron. und beeinträchtigt auch das, was wir verdienen. Wahrscheinlich, wenn wir ihn hier richtig krass haben, dann kriegen wir aber viel Gold und, keine Ahnung, ne? So, rank, rank up, alter. Was ist das hier? Wir kriegen Waffe. Wir kriegen Waffe. Und unser nächster Charakter startet mit 2000 Gold mehr? Oh, da können wir noch einen Charakter einstellen, oder wie ist das? Hm. Proof. Proof. After your battle, you take some time to rest. Ah, okay. Man erholt sich immer ein bisschen, aber man haltet sich damit nicht voll. The man, the myth. Okay, und die Leute erzählen, wie krass das war. Ich bin halb Mann, halb Biest. Hm. Ein Demigod. Ja, geil. Wir kriegen nochmal mehr Fame. Nice. Dann revealen wir mal. Oh. Das ist krass. 13.000. Das locken wir. Wie locken wir? Have the shopkeeper keep an item in the bag, which will not refresh next week? Ja, aber wie? Ach da. Hold. Ach, das kostet Fame. Oh mein Gott. Ich hab das Geld nächste Woche gar nicht. Das war Missplay. Na gut. Na gut, machst du nix. Hm. An sich wär der Helm gar nicht verkehrt. Ist halt deutlich schlechter, aber mehr Fame-Multiplayer. Die ist auch ziemlich gut. Naja, aber also, ich hab das Gefühl, umso beschissener die Rüstung, umso mehr Fame-Multiplayer kriegen wir. Gut. Einmal vollheilen. Ah, und das nächste Mal kostet. Wow. Das erste Mal ist nur umsonst. Okay, dann hätte ich's nicht gemacht. Für drei Leben. So. Hier können wir echt einiges machen. Krass. Können ein Item bestellen, aber machen wir mal nicht. Wir müssen Trainingswaffen organisieren. Späer. Und Schild. Die Intensivität unseres Trainings können wir einstellen. Das beeinflusst aber unsere Stamina für den Fight. So, und dann... So, und dann... Aber mal Null. Invest. Invest in your skull and next character will you purchase. You will gain... Und die Rate, in der wir lernen, wird um 200% erhöht. This week's training will require four training gears. Four training gears? Ja, wir haben noch zwei. Ne, das ist der Fokus. Aber wo kriegen wir jetzt das Training Gear her? Achso, das kaufe ich hier. Gibt's hier's? Okay. Ist das dann aber nach der Woche weg? Ne, oder? Gut. Okay. Machen wir noch einen Kampf? Ich würde sagen... Das müssen wir eigentlich auch früh... Ja, mal gucken. So, 1-1er. Drei gegen drei. Wir machen mal einen 1-1er. Abfahrt. Was ist, wenn das so rot umrandet ist oder lila umrandet? Ach! Äh, welcher Patron? Ja, darauf hab ich jetzt gar nicht geachtet. Okay. Luck of the Draw. Active Battle Trades. Wir gehen rein ohne Waffe. Und die Leute werfen Waffen rein. Oh Gott. Okay, wir müssen schnell was aufsammeln. Ja, aber ich hab letzte Runde übel rasiert, ne? Sogar der im Käfig jubelt mit. Hohohohoho! Oh Gott. Der hat ne Fackel. Der hat mich entwaffnet. Okay, der ist... Bisschen besser equipped, oder? Oh, der hat gesessen. Der... Ey, der blockt ja gar nicht. Zack. 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 Immer wenn er kommen will, kriegt er Stich. Zack, Junge. Ist ab in die Tonne. Geil. Victory. Äh, this is awesome. Äh, the crowd loves me. The crowds. Ja, geil. War ja komplett easy. Junge, hier. Look at this. Und der Mann, der Geld mag. Mag auch mich. Ist ja der Hammer. Item reserved. Ja, genau. Das wurde aufgehoben. Ah, und jetzt kommt er rum. Gib ein Event mit ihm. My dear boy. Oh, hehehehe. How nice to meet you. I saw you fight. I must say. I was very entertained. Hehehe. You did very well, son. Yes, yes. Good work. Quite strong. So würde der reden, oder? So. Bla bla bla. Er würde uns gerne helfen. Ah, ne. Ja, er würde uns gerne helfen. Okay, und er würde uns treffen, oder was? Promotional campaigns. This week will exchange gold for fame. Ah, das heißt, wir können jetzt hier Geld verwenden, um unseren fame zu erhöhen. In einem Ratio, äh, in einem 1 zu 1, äh, Dings. Kurs. Ich glaube, wir können nur 240 revealen. Das wäre bescheuert. Oder? Keine Ahnung. Ja, aber ich brauche halt eher Geld. Ne? Hm. Das würde ich jetzt mal... Ja, ne. Okay. Ja, Leute. Ich glaube, ähm, wir haben gut ins Spiel reingeschaut. Also hier könnte man jetzt natürlich sich nochmal ein bisschen mehr reinfuchsen. Ich glaube, hier ist gerade auch am Anfang das Geld am besten aufgehoben. Weil, ich habe das Gefühl, das Gear, was man kaufen kann, zumindest jetzt zum Start, das ist eher so, okay, will ich eher Rüstung oder will ich eher Fame? So, oder, oder will ich, ne? Ähm, aber... Ey, wer weiß, wie das im Late Game aussieht alles. Das ist ein sehr geiles Game, Leute. Ey, hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Äh, lasst gerne ein Like da. Nur liken. Nur liken. Äh, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.